Hallo und herzlich willkommen auf BarfußlaufenTV. Heute stellen wir uns die Frage, warum sollten wir überhaupt im Vorderfuß- oder Mittelfußgang gehen? Was ist so schlimm am Fersengang? Um das Ganze mal etwas zu veranschaulichen, zeigen wir euch den Hüpftest. Dazu einfach mal hüpfen. Was passiert? Wir landen auf dem Vorderfuß und können den Aufprall gut abfedern, ganz normal. Wenn ihr beim Hüpfen aber auf den Fersen landet, dann bekommt ihr einen spürbaren Schlag auf den ganzen Körper. Vorsichtig beim Ausprobieren, wenn ihr das Barfuß macht, so ein kleiner Hüpfer reicht, weil es tut weh. Das gleiche gilt natürlich auch fürs Laufen und Gehen. Beim Abrollen über die Ferse können wir den Aufprall gar nicht richtig abfedern, weil wir falsch aufkommen und somit belasten wir bei jedem Schritt den Körper komplett unnötig. Also probiert es doch einfach mal selber aus. Alles Gute auf Schritt und Tritt wünscht euch euer BarfußlaufenTV-Team.